Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es um die 6 Schichten Architektur. Die ist ein bisschen, naja, feinkörniger, sage ich jetzt mal, als die 4 Schichten Architektur und die war schon ein bisschen feinkörniger als die 3 Schichten Architektur, aber hey, man kann natürlich immer noch ein bisschen mehr ins Detail reingehen. Der Grund dahinter ist, wenn man besonders komplex, also richtig, richtig komplexe Anwendungen hat, dann kann man die natürlich so noch ein bisschen besser strukturieren, muss man aber natürlich nicht machen. Die Grundregel ist immer noch dieselbe, das heißt, man geht von oben nach unten durch, UI greift nur auf Application zu, nirgendwo anders, Application nur auf Domain zugreifen, nirgendwo anders und auch nicht mehr nach oben und so weiter und so fort, bis man eben ganz unten angelangt ist und das sollte in dem Fall jetzt gar nicht mehr zugreifen, wir sehen es gleich, wobei vielleicht hin und wieder greift es mal doch auf irgendwas tatsächlich zu, aber das meiste sind wirklich Systemgrundlagen und ja, was man hier jetzt natürlich findet, ist ein bisschen feingranularer und schauen wir uns mal ganz kurz den Vergleich zu der 4 Schichten Architektur an. Und zwar haben wir hier UI, Application, Domain und Infrastructure. Hier haben wir UI, Application, Domain, alles gleich geblieben, aber Infrastructure hat sich aufgeteilt in Low-Level-Business oder auch Business Infrastructure, nennt sich irgendwie beides gleich, da fallen so ein bisschen die Services drunter, die man eben so braucht. Dann Technical Services, da nochmal Services, kommt irgendwie immer häufiger und dann Foundation oder Grundlagen, wenn man es auf Deutsch haben möchte oder Core Services, auch wieder Service hier drin oder Low-Level-Infrastructure, man kann es nennen, wie man möchte. Es sind im Endeffekt sechs Schichten und ja, die oberen drei bleiben jetzt eigentlich mal gleich, die brauche ich euch gar nicht mehr genauer erklären, aber die unteren drei, die sind ein bisschen interessanter und zwar haben wir hier Low-Level-Business oder Business Infrastructure. Das ist eher dann sowas wie, ja, Umrechnung aller Art, also nicht irgendwie Mathe an sich, sondern tatsächlich Sachen, die für die Anwendung wichtig sind. Also sowas wie, sagen wir mal, ich möchte irgendwas mit Bitcoin rechnen, also irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel eine Anwendung, die Währungen tauscht, also Bitcoin in Ethereum oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Dann haben wir hier einen Currency Converter vielleicht drin, also sowas, was tatsächlich mir dann Währungen ineinander umrechnet. Kann ich mir natürlich gut vorstellen. Dann Technical Services bedeutet so viel wie, hier kommt jetzt die Persistenz rein, das heißt, ähm, hier, ja, eher High-Level im Vergleich zum Foundations. Hier wird einfach nur gesagt, schreib in die Datei folgendes rein. Und das ist schon sehr, sehr High-Level, aber es ist trotzdem das, was man meistens in der Hand hat. Ähm, und Security fällt hier auch rein, wobei das eher, naja, kann man überall reinmachen natürlich, aber hier fällt es offensichtlich, offiziell zumindest rein. Ähm, genau. Dann, ja, warum jetzt hier High-Level-Persistence, also eher die, naja, schreibt nur in die Datei rein und fertig. Naja, man muss natürlich auch noch bedenken, Dateien zu lesen und zu schreiben ist nicht so einfach, wie es tatsächlich für uns immer gemacht wird, sondern man braucht hier normalerweise auch noch irgendwelche Input-Output-Manager und richtig, richtig kompliziertes Zeug. Und das findet sich dann alles in der Foundation. Das liefert euch allermeistens die Sprache schon direkt mit. Also irgendwie Mathe, Threads, ähm, Datei lesen, ähm, Network-Input-Output, also halt, äh, Web-Sockets zum Beispiel, Datenbanken, äh, Dateien, sowas gehört alles in die Foundations. Also Foundations ist eigentlich immer das, was euch wirklich von der Sprache, die ihr benutzt, schon fast mitgeliefert wird. Also das sollte eigentlich wirklich kein Problem mehr sein. Und dann habt ihr sozusagen nur noch ein Modul, das quasi auf die Foundation zugreifen muss und, ähm, habt die unterste Schicht sozusagen intuitiv mit erschlossen. Ja, die wir eigentlich davor nicht mal berührt haben. Aber dies wird euch eigentlich meistens selber mitgeliefert sozusagen, kann man aber natürlich trotzdem als extra Schicht ansehen, weil man natürlich irgendwie Threads oder sowas nicht wirklich im selben Modul haben möchte, wie tatsächlich jetzt, ähm, der Manager für Threads oder sowas. So, cool. Und das ist die 6 Level oder 6 Layer Architektur oder 6 Schichten Architektur, wenn wir es auf Deutsch machen wollen. Und, ähm, ja, das war es auch schon wieder von meiner Seite. Jetzt könnt ihr natürlich überlegen, macht es vielleicht Sinn für mich, dass ich noch mehr Schichten einbaue oder vielleicht weniger Schichten oder wie möchte ich meine Software am liebsten gestalten? Und falls ihr euch nicht ganz schlüssig seid, ob eine Schichten Architektur vielleicht für euch das Beste ist, dann wartet einfach noch ein bisschen ab. Ich zeige euch noch mehr Architekturen in die Richtung. Okay, das war es von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.